In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei, zwischen Mehl und Licht macht so mancher Knitt eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Wo ist das, was uns gelebt von den letzten Wegen erleben? Und wer hat das Gesamt verschneppt? Na, da müssen wir es backen, einfach eine schlauze Backen, schmeißt den Lohnen dran und ran. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei, zwischen Mehl und Licht macht so mancher Knitt eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Kaufen wir nicht Schokolade, Honig, Nüsse und Schokolade. Kaufen wir nicht Schokolade, das stimmt. Unter mir und ich verhören, zwischen Mehl und Licht macht so mancher Knitt eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei, Bitte mal zur Seite treten, wenn wir brauchen Platz zum Treten. In der Weihnachtsbäckerei sind die Fehlereien, In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Zwischen Mehl und Milch, macht so mal ein Schlag nicht, eine riesengroße Leckerei in der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Untertitelung des ZDF, 2020